Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin gar nicht der Typ für sowas. Ich auch nicht. Ich falle auf sowas nicht rein. Ich schon. Du? Ich auch. Du auch? Ja, da rief mich doch neulich ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft an und sagte, mein Computer hätte einen Virus. Und? Ja, dann habe ich eine Stunde lang mit ihm telefoniert und dann habe ich ihm sämtliche Daten und Passwörter gegeben. Rosemarie, das darf doch nicht wahr sein. Persönliche Daten und Passwörter am Telefonpreis geben? Niemals! Ja, ihr wisst doch. Alte Leute und Computer. Ausgetrickst. Nicht mit uns. Wir, das Altentheater-Ensemble des Freien Werkstatttheaters Köln. Wir engagieren uns gegen Trickbetrug an älteren Menschen. Wir tun das mit Mitteln des Theaters. Die Trickbetrüger erfinden sich immer wieder neu. Sie drücken sich gewählt aus. Sie sind kommunikativ richtig gut. Sie sind gute Schauspieler. Und sie verstehen es, auf der Klaviatur der Gefühle zu spielen. Guten Tag, Marlene. Wie schön, dich wiederzusehen. Wer ist das bloß? Das ist aber eine Überraschung. Ja, das soll doch eine Überraschung sein. Als ich deinen Namen auf dem Klingelschild gelesen habe, da habe ich mich so gefreut. Da musste ich dir gleich einen Blumenstrauß kaufen. Ich bin jetzt ganz perplex. Entschuldigen Sie bitte. Aber kommen Sie doch herein. Wer oder was ist denn hier passiert? Da steht jemand mit herrlichen Blumen vor deiner Tür. Strahlt dich an, nennt dich beim Namen. Und du denkst die ganze Zeit nur, lässt mich mein Gedächtnis im Stich. Müsste ich den kennen? Aber wenn er schon mal in der Wohnung ist, dann hat er dich schon am Haken. Ein jüngerer Mensch hätte sich vielleicht nicht so schnell übertöpeln lassen. Er hätte vielleicht gesagt, ich kenne Sie nicht. Gehen Sie weiter. Ehrfurcht und Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Auch dazu wurde unsere Generation erzogen. Dafür braucht es nicht einmal eine Uniform oder einen Dienstausweis. Den würde ich sowieso nicht erkennen. Der Ton und das Auftreten machen es, dass man sich beeindrucken lässt. Und das sogar am Telefon. Falsche Kriminalbeamte. Zurzeit die große Masche. Die Polizei meldet sich am Telefon. Frau Hörth hebt ab. Ein Notfall. Ein Notfall? Ich soll auf der Liste einer Einbrecherbande stehen. Ein Scherz. Schauen Sie doch mal auf Ihr Display. 110. Die deutschlandweite Rufnummer der Polizei. Oh, nur den Anweisungen der Polizeifolge. Fenster und Türen schließen. Mit niemandem Kontakt aufnehmen. Stundenlang wird Frau Hörth am Telefon gehalten. Keine Möglichkeit zu intervenieren. Und sollten noch einmal Zweifel aufkommen, wird ein sogenannter Vorgesetzter am Telefon eingeschaltet. Ich sei als Bürgerin der Bundesrepublik verpflichtet, an der Aufklärung von Verbrechen mitzuwirken. Ob ich Wertsachen zu Hause habe? Bargeld? Schmuck? Alles müsste von der Polizei sichergestellt werden. Abholung an der Tür mit dem Kennwort Rose. Kennwort Rose. 1-1-0 im Display des Telefons? Mit oder ohne Vorwahl? Garantiert nicht die Polizei. Und Wertsachen von der Polizei sicherstellen lassen? Ein schlechter Witz. Mit Fachwissen kann man Leute gut blenden und Türen öffnen sich. Und jetzt treten wir in Aktion. Sie wünschen? Frau Bohr, über Ihnen ist ein Wasserrohrbuch. Ich muss dringend Ihre Leitung überprüfen. Oh Gott, könnte ich auch ein Wasserrohrbuch bekommen? Nicht, wenn ich den Fehler finde. Ja, dann kommen Sie rein. Wo ist das Bad? Folgen Sie mir, ich zeige es Ihnen. Hier. Frau Rohr, ich brauche Sie. Öffnen Sie in der Badewand den Kaltwasserhahn. Ja. Ah, bei Ihnen läuft also das Wasser. Ja. Jetzt drehen Sie mal mehr und mal weniger auf. Ich schaue im Flur nach, wo Ihre Leitung verläuft. Mhm. Bei Ihnen ist alles in Ordnung. Ach Gott. Dreh Sie dem Kaltwasserhahn zu. Dann kann ich ja beruhigt nach Hause gehen. Ja, das können Sie. Aber man kann ja nie wissen. Da haben Sie auch wieder recht. Auf Wiedersehen, Frau Rohr. Und alles Gute. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank für Ihre Hilfe. Ein paar Tage zuvor passiert der Nachbarin darüber, die doch angeblich gerade den Wasserrohrbruch hat, Folgendes. Wer klingelt und wer klopft denn da so? Frau Engel, über Ihnen ist ein Wasserrohrbruch. Ich muss dringend Ihre Leitung überprüfen. Ein Wasserrohrbruch? Da weiß ich aber nichts von. Wo denn? Bei Walter. Es eilt unter Umständen schnell gehandelt werden. Nicht so quirlig, junger Mann. Ich rufe erst an. Wie Sie meinen. Aber ich bin nun schon mal hier und möchte Ihnen helfen. Ich rufe erst an. Hallo, Frau Walter. Haben Sie einen Wasserrohrbruch? Da wissen Sie nichts von. Ich sehe mal eben nach. Da ist ja keiner mehr. Also, dann war das doch derselbe oder dieselben? Hätte ich doch die Hausverwaltung angerufen oder die Mitbewohner informiert. Warum lasse ich mich nur so unter Druck setzen? Jetzt hilft nur noch 1-1-0. Trickbetrüger gab es immer schon. Jetzt sind Sie auf den Zug der Corona-Pandemie aufgesprungen. Kein Wunder. In diesen eh schon schwierigen Zeiten haben Sie leichtes Spiel und finden viele Gelegenheiten. Stichwort Kooperation einfordern. Guten Tag. Wir kommen vom Gesundheitsamt. Es geht um Ihre Corona-Impfung. Wir haben den Auftrag mit Ihnen gemeinsam einen ausführlichen Fragebogen zu den Nebenwirkungen auszufüllen. Doch, wir brauchen gerade Ihre persönlichen Daten. Die sind für die Forschung von unschätzbarem Wert. Wir dürfen eintreten. Natürlich nicht. Hier wird ans Verantwortungsgefühl appelliert. Sind Sie erst einmal drin in der Wohnung, gelingt mit den Formularen leicht ein Ablenkungsmanöver. Schließlich sind Sie ja zu zweit. Und schwupp, lassen Sie etwas mitgehen. Im Wirrwarr der ständig neuen Informationen lassen sich Ängste schüren. Stichwort Scheinsicherheit anbieten. Guten Tag. Wir sind ein Team des neuen Testzentrums. Ab sofort werden ältere Menschen in Ihrem Zuhause getestet. Na, das hört sich ja zuerst mal gut an. Kann man? Muss man das annehmen? Natürlich nicht. Denn auch Sie wollen nichts anderes als rein in die Wohnung. Die Betrüger werden immer dreister. Stichwort Panik verbreiten. Pring. Guten Tag. Sie sind bestimmt erstaunt über unseren Besuch. Leider, leider. Die Pandemie wird immer dramatischer. Sie haben doch bestimmt Geld im Haus. Wir müssen Ihre gesamte Barschaft desinfizieren. Was für eine absurde Idee. Aber alles schon vorgekommen. Hausbesuche von Mitarbeitern des Gesundheitsamts? Oder vom Testzentrum? Impfärzte an der Tür? Niemals! Und wenn Sie einen Anruf bekommen, ein naher Verwandter oder Freund hätte sich mit dem Coronavirus infiziert und bräuchte dringend eine Summe Geld für ein neues Medikament. Einfach auflegen und 110 anrufen. Einsamkeit ist ein großes Thema im Alter. Was Harald nur den ganzen Tag macht, warum ruft er nicht an? Wir haben uns doch immer so gut verstanden. Einsamkeit hat viele Namen, viele Namen und nur ein Gesicht. Verdammt lange Tage, wenn nicht einmal einer einen anruft. Und jetzt, wo ich auch nicht mehr so mobil bin. Ja, hier in diesem Telefonbuch sind viel alt klingende Vornamen. Die kommen jetzt wieder in Mode. Schade, dass ausgerechnet jetzt auch noch meine nette Nachbarin gestorben ist. Ja gut, die kommen in Mode, aber Kinder stehen natürlich noch nicht im Telefonbuch. Ich fühle mich manchmal ganz allein gelassen. Einsamkeit kann auch bedeuten, endlose, lange Zeit allein. Klingelingeling. Hier Margarete Heckler. Hier ist jemand, der sich lange nicht mehr bei dir gemeldet hat und auch ein klein wenig schlechtes Gewissen hat. Ob das Peter ist? Das ist aber ein Ding der Unmöglichkeit. Sie oder du müssen mir schon auf die Sprünge helfen. Aber meine Stimme, die wirst du doch wohl noch wiedererkennen. Das könnte Peter sein. Wäre ja schön. Na? Peter? Ja, ich wusste, dass du mich wiedererkennst. Und schon glaubt die Angerufene, sie wäre mit einem Verwandten oder Bekannten verbunden. Und nun läuft der Betrug immer nach einem ähnlichen Schema ab. Eine Notlage wird vorgetäuscht. Ich habe mit einem Auto einen ganz schlimmen Unfall gebaut und brauche unbedingt... Es geht immer ums Geld. 5000 Euro. Zeitdruck wird aufgebaut. Bis heute Abend. Panik geschürt. Sonst geht es mir an den Kragen. Damit keiner dazwischen kommt, ehe es zur Geldübergabe kommt. Bitte sag es keinem weiter. Denn ich, ich bin die Einzige, die helfen kann. Im Ausland haben sich zahllose Callcenter darauf spezialisiert, ältere Menschen in Deutschland abzuzocken. Und mit den heutigen technischen Möglichkeiten können sie den Angerufenen sogar deutsche Telefonnummern vortäuschen. Tja, und wenn etwas sehr verführerisch klingt, dann lässt man sich ja auch gerne mal blenden. Japan. Kyoto zur Kirschblütenzeit. Das wäre doch was. So eine weite Reise? Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Irgendwann sind wir zu alt. Tja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, können wir uns das denn leisten? Dann gehen wir eben an unser Erspartes ran, ne? Was war denn? Wer war das denn? Eine Frau von einer Gewinnzentrale. Wir sollten ein Auto gewonnen haben. Wir? Wir haben doch nirgendwo gespielt oder mitgemacht. Doch, ich schon. Du? Ohne mich zu fragen? Ich bin doch schließlich eine emanzipierte Frau. Aber im Ernst, das ist schon so lange her. Das kann ich überhaupt nicht mehr rekonstruieren. Vergessen wir es. Da ruft sowieso niemand mehr an. Aber, äh, es könnte ja trotzdem was dran sein. Man muss ja auch mal Glück haben im Leben. Brrrr, 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 brrrr. Und? Ja, wirklich. Ein Auto gewonnen haben. Ein Auto gewonnen haben. Und jetzt geht es los. Eine angebliche Speditionsfirma meldet sich, das Auto stehe noch in der Türkei und es müssten jetzt noch die Ausfuhrsteuern übernommen werden. Das Ehepaar wird in immer neue, immer kompliziertere Zahlungsvorgänge verwickelt. Immer weitere Gebühren tauchen auf. Und obwohl eine Bankangestellte schon misstrauet wird, weihen die beiden niemanden ein. Das ist ein Riesendurcheinander. Ach, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Und es wird immer perfider. Mit einem gefälschten Anruf warnt das Landeskriminalamt vor den Betrügern und gibt sich selbst als Retter aus. Nur um mit diesem Trick auch noch die allerletzten Ersparnisse herauszuholen. Das ganze Geld ist weg. Das ganze Ersparte. Unser ganzes Erspartes. Viele Betrugsfälle werden überhaupt nicht zur Anzeige gebracht. Aus Scham. Alte Menschen geben sich oft selbst die Schuld. Ausgetrickst. Nicht mit uns. Alt und hilflos. Nein. Und wenn einem was komisch vorkommt, sich nicht unter Druck setzen lassen. Halt. Erstmal nachfragen und miteinander reden. Sich auf keinen Fall in die Enge treiben lassen. Und wenn was passiert ist, Anzeige erstatten. War das nicht eine tolle Vorstellung? Das war das Altentheater Köln. Seniorinnen und Senioren, die sich der Kriminalprävention verschrieben haben. Glauben Sie mir, ich bin der größte Fan dieser alten Herrschaften. Wir haben hier aktuelle Tricks zu sehen bekommen, wie Sie jetzt Betrüger auch in Corona-Zeiten an älteren Menschen täglich ausprobieren. Das sind nicht nur Filme für ältere Menschen, sondern auch für deren Kinder, für deren Enkelkinder, für Nachbarn. Sie alle werden gebeten, auf die älteren Herrschaften aufzupassen. Und meine Bitte ist, wann immer Sie die Möglichkeit haben, besuchen Sie das Altentheater Köln. Es lohnt sich. Und ich wette, Sie werden genauso ein Fan wie ich auch. Vielen Dank. Vielen Dank.